Are you ready to see that special bike here in front of the stage? BMW Motorrad-Chef von Österreich, Oliver Balzer. Aus Weltkirchen von der Firma NCT, David Wiedmann. Und jetzt geht's los! Das Tropenbein 2022 fliegt vom Himmel zu uns herab. Endlich wieder einmal nach Kultia kommt der Gast aus der Kiste. Danke und ein Applaus für BMW und für den großartigen David Wiedmann aus Kultiviel. In Kärzl, danke David!